Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. So, ich bin unterwegs und ich zeige euch jetzt ein bisschen das Hotelzimmer. Viel Spaß dabei! So, ihr seht jetzt hier meine Eingangstür quasi und hier die Garderobe mit Spiegel dort. Direkt daneben ist das kleine Bad, das ist jetzt ein bisschen locker, genau, dann rennt man quasi direkt auf die Toilette zu, dort ist die Dusche, mit einem Waschbecken oder einem Spiegel und auch bekommen Taschentüche und Seilfest, auch da, auch wenn der Duschladen wehen, Duschgel, geschickt und hinten ist, ja, an Druckhaltung und Heizung. Dann ist das quasi das Zimmer. Ich hoffe, das Licht ist nicht allzu schlecht. So, da deckt der Teile. Dann hat man hier ein schiefes Bett, ganz immer Nachtisch, alles schlicht gehalten. Hier, Teppich, Schrank, Schrank, Dämmen. Was ist das? Irgendwas in die Schuhe? Okay. Hier ist ein Kühlschrank. Eine Mini-Bar. Boah. Am gelogen, das glaubt mir kein Mensch. Gut, muss man alles bezahlen. Kann man leider nicht... Genau. Muss man eben leider bezahlen, kann man nicht so benehmen, ist auch okay. Finde ich aber witzig, hatte ich noch nie gesehen. Wenn man sich umdreht, hier ein Schreibtisch. Da steht jetzt auch mein Laptop. Fenster mit Roller an, die können wir mal wegmachen. Jetzt die folgende Aussicht. Nicht spannendes. Und noch nie sitzen. Ja, das war's. Jetzt wollte ich aber noch den kleinen Teiler umziehen. Ich habe ebenfalls eine kleine Tasche gepackt. Und da sind sie. Wollt ihr jetzt die Hose anziehen? Das hier. Die Stumpfhose. Und noch Socken. Dann könnt ihr nicht mehr die andere Mütze anziehen. Oder? Das hat er im Moment dann. Es wird jetzt etwas schwierig mit einer Hand. Aber wir versuchen es. Also ich versuche ihn zu platzieren. Also die Kamera. Nicht ihn. Die Kamera. Hm. Ähm. Mit Kissen. Ich glaube mit Kissen nicht gut. So seht ihr ihn. Hm. Schlecht. So seht ihr etwas, ne? Das ist auch immer jetzt einfach mal. Ja. Ja, das lasse ich an. Ich ziehe jetzt lediglich die Stumpfhose drauf. So. Das muss ich wieder zumachen. Dann. Dann. Die H&M Hose. Aber erst die Socken. Dann. Die H&M Hose. Aber erst die Socken. So. Dann die H&M Hose. Dann die H&M Hose. Die andere Mütze. Dann sicht ich ihn auf eine See und Eierkern. Die müsstet ihr eigentlich kennen. Ups. den Rest nehmen wir dann wieder ein dann war es schon die muss ich noch ansehen ich hoffe ihr habt jetzt etwas gesehen genau, ich habe dick eingemummelt das muss ich so einpacken dann werden wir heute auch wieder abreißen dann habe ich mich gefreut dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal Tschüssi